Moin, Johannes hier mit dem für mich so typischen Kunstwerk im Hintergrund. Ich würde einfach mal einen Gruß da lassen, mich bedanken bei denen, die hier auf diesem Kanal schon mit mir interagiert haben, die sich meine Videos angeguckt haben, die mit mir Schach gespielt haben. Da möchte ich insbesondere nochmal drauf hinweisen, Henry Schach und das Marktelefant. Ich freue mich sehr über alles, was ich an Kommentaren bekommen habe. Ich freue mich über die Daumen hoch, die tatsächlich erstaunlich häufig gekommen sind. Das ist ja was, wo leider keine Interaktion dabei ist, in dem Sinne, dass ich jetzt Informationen kriege, warum euch das gefallen hat, aber zumindest die, die mit mir Schach gespielt haben, haben das ja dann deutlich gemacht. Macht erstaunlich viel Spaß hier Videos hochzuladen, inzwischen sind es über 100 Videos und über 3000 Views. Macht Spaß auf den ganzen verschiedenen Wegen und deswegen auch der Name dieses Kanals, Moneyways. Es macht Spaß Musik, Orgelmusik zu spielen und die hier hochzuladen. Es macht Spaß Spiele zu spielen. Es hat großen Spaß gemacht für Rio, die Olympischen Spiele mit dem London Videospiel vorzubereiten. Es macht Spaß aktuell Tour de France Videos zu machen. Es macht Spaß alle Arten von Schach zu spielen. Und ja, deswegen werde ich weitermachen und ich hoffe, dass ihr mir die Treue haltet, mir Feedback gebt, wie euch das gefällt. Feedback gebt, was euch auch am meisten gefällt. Ein bisschen bin ich da ja auch flexibel dann zu sagen, einzelne von den vielen Projekten könnte man auch priorisieren. Im Moment macht es mir einfach in der Breite Spaß und wenn ihr sagt, bestimmt, das interessiert euch mehr, dann lasst mich das hören. Lasst mich das irgendwo mitkriegen und dann kann man möglicherweise darüber reden, ob das dann jeweils mehr wird als die anderen Projekte. Trotzdem möchte ich den Kanal bunt halten. Ich möchte den Kanal einfach als Abbild halten von dem, was ich interessant finde. Das ist bunt, das ist vielseitig, das ist einfach verschieden. Ich möchte da keinen Musikkanal draus machen. Ich möchte auch keinen reinen Spielekanal draus machen. Ja, das ist Many Ways. Und dafür erstmal danke für die Begleitung. Und ja, ich hoffe, dass ihr weiterhin Spaß an den Videos habt. Und jetzt, auf geht's durch den Kanal, sucht euch das raus, was euch gefällt und schaut es euch an. Kommentiert, interagiert, Daumen hoch, Abo dalassen. Ihr kennt das ja, was so ein YouTuber halt dann auch braucht. Ja, viel Spaß dabei. Ciao.